Unglaublich, 90 Sekunden auf einer Erotikmesse. Wir sind wieder zurück bei Stimmband. Acapella Gesang, We Sing, You Swing, in braun gehalten, sehr modern. Momentan sind sie vertieft in den Crystal Angel Erotikkalender. Der ist schon aus irgendwelchen Gründen zusammengepappt. Ich könnte euch empfehlen, den November. Der November, der entfaltet die Gesamte, da ist die World of Erotik ein Scheiß. So, was ich mir gewünscht hätte, halt, halt jetzt mal hinten. Was Crystal Angel allein mit ihrem Erotikkalender aus Männern macht, ist unglaublich. Ja, das schaut gut aus, schau dir mal das an. Ja, das ist es. Ich weiß nicht, welche Sau das war. Ja, eben. Also, was ich mir gewünscht hätte von der Stimmband wäre, wenn ich mal Platz nehmen dürfte wieder, wäre... Also war ich ja hier. Moment, da war ich ja hier. Okay. Das Konzept. So, Sie werden nun Zeuge einer einmaligen Sache. Bei uns, glaube ich, bis jetzt, wir existieren seit einem Jahr, noch knapp, und es ist noch nie was schiefgegangen. Noch nie irgendwas. Und jetzt ist eben der Server abgekackt. Das passiert, wenn zu viele Leute zuschauen. So, jetzt, wenn du mal hier hinschauen möchtest. Was kann Crystal Angel nicht nur mit ihrem Gesang, sondern mit ganz normalen Männern tun? Was tut sie mit dir? Sie macht nicht... Sie macht Feuer in meiner Hose. Feuer! Feuer in der Hose. Das war gut. Das war gut. So, nun, hätte ich mir gewünscht... Wie bitte? Hoffentlich saß keine Krankheit und ansteckend... Ich hätte mir gewünscht, dass es einmal im Leben eine Band gäbe, die nur für mich ihre Lebensgeschichte, ihre Herkunftsgeschichte und so weiter, nicht mir erzählt und mir was aus dem Info vorliest, sondern mir vorsingt. Und das ist der Grund auch, warum ich Stimmband eingeladen habe. Sie haben das Perfekt in Liedform. Ist es in Deutsch? Es ist Deutsch, aber Perfekt ist übrigens relativ. Ja, es ist Perfekt. Also ich sage es Perfekt. Ich kenne es ja nicht. Also es ist... Es ist ein perfektes Lied. Lachen jetzt so saudumm. Mit denen kann man überhaupt nicht arbeiten, mit denen bei... Die brummen sich schon ein. Kann man denn, um... Ich habe so eine Neigung zu improvisieren. Gibt es eine Stelle, wo wir zusammen mit Parasit auch einmal ein Wort mitsingen dürften? Könntest du uns da einen Einsatz geben? Und oder aber oder irgendwas? Oder ist es... Wirft euch das aus dem Konzept oder... Bei dem Lied bietet sich das nicht unbedingt an, weil es geht um unsere Entstehungsgeschichte und da wisst ihr drei ja überhaupt nicht Bescheid. Hast du dir noch in die Hosen geschissen, wo... Wo... Wo ich schon... Verstehst? Eben. Dann könnt ihr auf einmal nicht mehr mitreden. Bitte, dann eben nicht. Dann sind sie selber. Spielst du noch mit bei dem Spiel? No. Aus. Mach einen Scheiß allein. Wir können... Macht einen Scheiß allein. Hättet ihr hier aber ein bisschen... Ein bisschen eine Freude aufkommen lassen. Eine Zusammenarbeit. Kommen wir aber nicht erwarten. Spielen wir ja... Singen wir ja eine Kapelle. Haben wir ja... Keinen Schluckzeuger. Dir war ich ja auch zu alt. Das geht doch überhaupt nicht. Doch. Ich habe ihn angerufen angeblich. Er hätte... Ich hätte ihm erzählt, ich wäre schon etwas älter. Das hast du dir eingebildet. Ich habe dir nur aber ganz eigen... Mein Alter gesagt. Und dann hast du dir gedacht, der ist mir zu alt. Geh weg. Dich mag ich nicht. Dich sowieso nicht. Und jetzt singt. Macht einfach. Geht ja auch ohne mich. Musik zu machen, das war immer unser Ziel. Doch Instrumente kosten leider viel zu viel. Nur weil man uns in der Schule dazu zwangt. Blieb uns noch dir gesangt. Unsere Texte sind gebrochen in Deutsch. Und unsere Reime sind sogar noch schlechter. Unser Bass kann maximal das tiefe B. Aber wir haben eine CD. Schülle. Schülle. Sagt jetzt fertig.